Das ist sie, die finale John Sinclair Classics Folge Nummer 50, die Katakomben von Paris. Und das spielt das Ganze auch eine epische Folge. Deswegen ist sie auch auf zwei CDs erschienen und quasi der Übergang von der Classics Reihe in die normale John Sinclair Serie extra geschrieben, exklusiv. Und es gibt neben den üblichen Verdächtigen auch ein Wiederhören mit zum Beispiel Wolfgang Rüther, Katja Brügger und Douglas Welbert als Professor Zamora. Und da werden jetzt Hörspielfans hellhörig. Moment mal, die drei kenne ich doch genau aus der Makabros Reihe aus den 80ern. Quasi ein Wiederhören mit Björn Hellmark und seiner geliebten Camina Brado. Eine wunderbare, sehr epische Folge. Erinnert ein bisschen an The Last of Us. Ein wunderbares und ein würdiges Ende Finale für die John Sinclair Classics Reihe.